Hi meine lieben liebenden wir werden heute ein spielspiel und zwar spielen wir The Tape. Ist von Chao, ist ganz neu und soll wirklich, wirklich gut sein. Der liebe Ritchie vom Kanal German Horror Guy hat es gespielt und ich konnte es mir leider noch nicht angucken, weil ich es ja selber spielen wollte. Heute Abend ist es dann soweit. Und ja, wir stehen in diesem dunklen Raum mit unserer spartanischen Ausrüstung hier. Ah, die Horror Engine. Ja. Ich kann Pause drücken. Nein. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen rein und sehen uns das gute Stück jetzt an. Let's go. Ähm, ja. Ist dunkel hier. Was ist hier? Unser Bad. Kann ich abziehen? Ne, kann ich nicht. Na toll. Äh, es ist einfach nur dunkel. Gibt es in diesem Gebäude keine Lichtschalter? Also, irgendwie. Na gut. Treten wir mal vor die Tür. Da ist die Tür. Sag ja, es ist dunkel. Oh. Ja. Oh, wir können es ducken. Wir können auch rennen. Oh, wir haben eine Stamina-Anzeige. Ich war, wie gesagt, am Anfang in Ritchie-Spiel drin. Darum, äh, ja, es stellte sich mir die Frage, was ist das hier? Und dann habe ich leider nicht weiter geguckt. Betreutes Wohnen, oder was? Weißt du, das ist doch keine Wohnung. Das ist ja eher wie eine Zelle. Ja gut. Äh, sammeln wir das mal ein. Da steht eine Eins drauf. Das ist zu. Warum steht die hier überall Welcome? Das Gemeinschaftstelefon. Zack, ja, betreutes Wohnen. See you at 3am. Mal die Socken aus dem Mund. Was hat er gesagt? See you at 3am? Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß jetzt nicht. Im Übrigen habe ich hier noch einen Rest veganes Sushi. Und so wie Angelique Strauss auf TikTok ihre Mayo-Sojasaußen-Mischung hat, so müsst ihr unbedingt eins ausprobieren, wenn ihr Wasabi mögt. Und das Ganze mal mit Tomatenmark mischen. Es gibt nichts Geileres. Wirklich. Es ist ja Hammer. Es ist so fruchtig scharf, da ist es scharf. Ist das, ist das Gebäude vor der Renovierung? Sieht so aus, ne? Die Tür, der Gang. Der Flur als Ruine. Okay, ja. Was ist das? Da steht nichts drauf auf der Tür. Okay. Ähm, ja. Ja, ich habe mich auch erschrocken. Ein Bild. Irgendwas sagt mir, dass die hier hingehören. Und dass diese Schublade wahrscheinlich erst aufgeht, wenn wir es hier hingegangen haben. Wo hängen wir es denn mal hin? Da. Ist mir jetzt wurscht, ehrlich gesagt. Da lag was auf dem Tisch. Moment. Ein Würfel. Ich muss es mal aufschreiben. Sechs. Okay. Ähm. Hier ist nichts weiter. Nehmen wir mal hier runter, zu dieser verdächtig flackernden Lampe. Und irgendwas sagt, irgendwas sagt mir, dass die Zeit jetzt anfängt zu ticken. Mit Tassenlampe? Mit Tassenlampe? Nein, natürlich nicht. Was ist das denn? Blutverschmierte Flure. Geht es hier noch weiter? Ne. Da war noch was. Warte mal. Oh. Noch ein Bild. So. Kann ich mir die Videokasse da angucken? Turn on. Okay. Ja. Packen wir das mal da rein. Und gehen wir mal auf Play. Was sehen wir denn hier? Oh, ist das so ein Lost Place-Ding? Okay. Das ist gruselig. Mach mal hinne. Weil, oh, jetzt weiß ich, was ich eben so komisch geschmeckt habe. Ich mag doch keinen, ähm. Ich mag keinen. Irgendwann. Das schmeckt nämlich wie Seife. Oh. Wer ist denn hier explodiert? Oder mit anderen Worten, es wurde mir mal hart menstruiert. Huh. Da stand jemand. Soll ich mir das was sagen? Kreuz mit zwei... Ich male es mir mal auf. Das andere, da kann ich nicht lesen. Warte mal auf. Das ist der 30. Juli. Und 11.25. Okay. Gut. Ach so, ich muss das erst noch zurückspulen. Ach du Scheiße. Das kostet doch alles unnötig Zeit. Die checkt. Ja, dann nehmen wir das mal wieder mit. Also ich weiß nicht, was ich sonst damit machen soll. Hier finden die Satansbeschwörung statt. Kuh. Eine alte Box. Da ist ein Schloss dran. Ah ja. Okay. Äh, wie auch immer wir da rankommen. Das weiß ich noch nicht. Ach so, Schubladen. Ne. Was ist denn hier noch? Wein. Die Kante können wir uns schon mal geben. Eben wir uns mal ein bisschen. Die Küche. Oh. Eine zwei. Okay. Mhm. Mhm. Was ist das hier? Die Schlüsselkarte. Dafür oben wahrscheinlich, ne? Ich sag dir, das ist hier betreutes Wohnen. Hier gibt es so eine Art Rezeption. Hier ist eine Tür. Da kommen wir nicht raus. Und hier ist vernagelt. Okay. Ähm. Ja. Gut. Da vorne war doch noch was. Die Klos oder so. Ja. Sag ich doch. Eine, die Klos nicht. Die duschen wahrscheinlich, ne? Weil, äh, die Klos haben wir in unserem Zimmer. Das ist noch ein Würfel. Mit einer vier. Hier. Okay. 4, 6, 2. Ist das zufällig der, der Code von dem Padlock? Weil waren ja drei Zahlen. Ach da. Wie viel Zeit habe ich denn? Also, ich weiß, wie viel Zeit ich habe, aber... Wie lange ist die Zeit? Hier ist nix. Okay. Wie, wie, wie lange ist die Zeit? Gut. Dann gehen wir mal hoch. Ähm. Ach ne. Wir geben hier mal den... Wir versuchen mal, ob das, äh... Äh... 4 6 2 6 4 2 Nein 2 4 6 Ne. Erstmal nicht. Okay. Dann gehen wir erstmal hoch und benutzen die, äh... Die Karte. Ne. Das ist so jetzt... Das erste, was wir hier machen können. Was finden wir hier? Äh... Ein zweites Tape. Okay. Äh... Wie. Wie careful natürlich... Okay, ich soll die Keykarte nirgendwo rumliegen lassen. Der letzte ist entkommen. Wo sind wir denn hier? Oh, ein Schlüssel. Äh... Der letzte ist entkommen. Wo sind... Wo ist es jetzt eins? Warum fängt denn jetzt mein Herz so an zu pochen? Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Was habe ich denn für einen Schlüssel eingesammelt? Stolschum. Äh, der war doch auch hier oben. Dann nehmen wir den gleich mit. Noch ein Bild. Oh, ist das das erste? Ah! Guck mal, das haben wir auf Tape. Ah, noch ein Schlüssel. Drorkey. Ja, toll. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Schubladen hier probiert, ne? Oh, okay. Table Showers Counter. Oh, Table. Table war, ähm... Oh, scheiße. Da muss ich nochmal gucken. Äh, das ist wahrscheinlich die Reihenfolge der Würfel. Das war die... Sechs. Ja. Sechs, vier, zwei. Ist es dann. Oh, guck mal hier mal. Uh, dieser Herzschlag macht mich irre. So, warte mal. Ach, die Bilder waren oben. Kacke. So, okay. Ist egal. Ich, ich lege jetzt hier, äh... Tape Nummer zwei ein. Play. Play. Also, dieses Kreuz war anscheinend dann, äh... Bild Nummer eins. Ach, guck mal. Da haben wir noch ein Symbol. Das ist dann die... Zwei. Wahrscheinlich. 642 ist der Code. Da, sechs, zwei, vier. Ey, sechs auf jeden Fall als erstes. Mach hin, ich hab nicht so viel Zeit. Lauf schneller. Ne, da war jetzt niemand. Okay, okay. Äh, ja, spul das mal zurück. Äh, und ich geh derweil hier hoch und häng mal die Bilder in der richtigen Reihenfolge auf. Ähm, guck mal hier. Äh, das ist Bild Nummer eins. Und dann ist das Bild Nummer zwei. Guck mal. So, äh, und jetzt müssen wir nochmal an die Box. So, sechs, vier, zwei, sechs, zwei, warum funktioniert das nicht? Wieso sieben? Äh, äh, was soll das denn? Ja, nun mach die, mach die auf jetzt. Ja, wunderbar. Nimm das, nimm das Tape. Und Schlüssel. Wo, wo ist denn dieser Raum? Wo, wo ist denn dieser Raum? Ach, hier. Guck mal einer an. Was ist das? It's in the tapes. Ne, das ist ja nur nicht so viel. Sieben dreißig mit dem Punkt da. Das ist das Datum. Also das war ja nur nicht besonders schwierig, ne? Mach das auf. Das letzte Bild. Scheint das letzte Bild zu sein. Und was ist das? Hä? Wo soll ich denn wissen, wie das aussehen soll? Hä? Ach, ist das ein Teufelsgesicht? Ja, ist es. Ah, wunderbar. Guck ich mir jetzt die Tapes fertig an? Ja, ich guck mir jetzt die Tapes fertig an. Äh, komm her. Eject. Äh. Äh. Tipp 4? Nee, hier. Nein! Oh, scheiße. Nehm das raus. Äh. Tipp 4. Tipp 3. Das möchte ich mir angucken. Das habe ich doch nicht gesehen. Ach, du Scheiße. Ja, play. Okay. Das ist das nächste Symbol. Das ist das Dreieck. Okay. Okay. Ich mache mir gerade ganz schwer Sorgen, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffe. Lauf schneller. Mach ihn her. Ich habe 18. Ich habe 18. Okay. Ich habe 18. Ich muss gleich mal mit auf die Uhr werfen. Huch! Okay, während du jetzt dieses Tape zurückspulst, ist es eine scheiß Uhr gewesen. Weiß ich nicht mehr. Ich hänge jetzt schnell die Bilder auf. Hängt schon richtig. Okay, wunderbar. Hier. Zack. Geht jetzt diese Schublade hier auf? Ja, nimm den Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Pick up. Long door key. Für welche Tür? Wo war denn die scheiß Uhr, ey? Hier. Bisschen Zeit habe ich noch. Nee, nee, nee. Eject. Ähm. Tipp 4. Das will ich mir noch angucken. Komm, schaffen wir. Ja, schaffen wir. Komm. Play, 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 play. Was tust du denn? Mann. Play. Oh, da haben sie mich wohl, ähm. Ups. Das ist das letzte Symbol. Muss ich jetzt runter zu dieser Eingangstür? Was jetzt? Nein. Muss ich das, muss ich das ausblenden? Das schweiß ich gar nicht. Ist das für diese Tür hier? Oh, mein Gott. Wir sind ganz woanders. Ich habe lange nicht von mir hören lassen. Ich weiß, es ist schwer, zurück zu der Sache, die zu dir passiert ist. Es lässt sich gehen und mit deinem Leben weitergehen. Es wird besser in der Zeit. Es muss sein. Und you can talk to me. Just please open up and let me see you. Okay, also sie sagt, es ist schwer, mit dem klar zu kommen, was wir erlebt haben. Und, ähm. Ja. Und das Spiel beendet sich. Okay. Was wäre denn jetzt passiert, wenn wir das nicht geschafft hätten? Soll ich jetzt einfach nochmal rumtrödeln? Ja, machen wir. Ich möchte wissen, was passiert, wenn wir das nicht schaffen. So. Okay. Was passiert, wenn wir das nicht schaffen? Also, wir müssen mal kurz hier rangehen und, äh, ja, ich bin dann gleich 3 Uhr für euch zurück. Also ich habe es jetzt nochmal probiert mit der Truhe. Es ist wirklich falsch, ne? Die 4 ist eine 7. Da haben sie sich irgendwie vertan. Ähm. Darf ich jetzt aber eh hier rumnuddeln? Gucken wir uns einfach mal die Bilder an. Die Ruinen. Das ist bestimmt aufgearbeitet. Was ist das? Das ist ein kaputtes Bild von einem Kind. Die Wellen drohen das Schiff zu, zu versenken. Ja. Gut. Das sind die Weinkisten. Können wir die aufmachen? Aber wir können zoomen. Das habe ich gar nicht festgestellt. Kann ich hier? Würde hier gerne aufmachen, aber... Was ist das? Das ist eine Kaffeemaschine? Ja, wahrscheinlich so. Wir können hier nichts aufmachen. Sammeln wir mal ein. Das ist ein Krieg. Ja, was ist ein Krieg? Weiß ich jetzt gar nicht. Gewässers. Ach, das war jetzt die Tür. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Ich habe das hier nirgendwo? Das ist ein Teufelsgesicht, ja. Vielleicht muss man da einfach so drauf kommen. Ich weiß es nicht. Das hier war jetzt wirklich nicht schwer, ne? It's in the tape. Durch den Punkt. Braucht ich jetzt da echt nicht mal gucken, weil... 37. 30. 7. Das war durch den Punkt so klar. Also das war jetzt echt super easy. Das ist mal eins von den nicht so gruseligen... Oh, guck mal hier. Radio. Ja, mach das mal aus. Das ist gruselig. Nichts drin. Gut. Mal hoch. Es ist so dunkel hier. Ich mache euch das wieder heller. Aber es ist nicht so dunkel, dass man nichts sieht. Also... Es ist schon ganz gut gemacht. Ja, ja, jetzt brauchst du dich nicht mehr erschrecken. Jetzt haben wir schon, äh, jetzt... Ne? Wir wissen jetzt schon, dass das passiert. Braust du dich nicht mehr erschrecken. So. War das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Da kommen wir echt nicht rein, ne? Da kommen wir echt nicht rein. Was ist das hier? Das Bild eines eigenartigen Ganges. Das ist Deutschrum. Ich lag in der Zettel, der mir sagte, ich soll hier nichts rumliegen lassen. Also meine Keycard nicht rumliegen lassen. Damit keiner mehr entkommt. Bewerben wir uns hier so ein und, äh... Wir werden hier dann so gesammelt. Also so wie bei, ähm, dem Spiel... Like Clay. Das verlinke ich euch hier oben nochmal. Das war ganz cool. Äh, das war wirklich cool. Also... Ja. Wenn man aber wartet, dass die Uhr... Die Uhr, ja, die... Die Uhr klingelt, passiert nichts, ne? Klar. So. Wohan, das... Eins fehlt uns noch. Eins fehlt uns noch. Wo war denn das? Oh, jetzt geht's los. Gott sei Dank. Ach, in dem Raum mit dem... Mit dem, äh, Zeichen, ne? Dem Karo. Glaub ich. Den Schlüssel müssten wir haben. Das war der. Hm. Siehste? Jetzt, wenn man es weiß, findet man es nicht mehr. Mir fehlt noch ein Bild. Ich meine, ich brauch's jetzt nicht mehr, aber... Wo war denn das? Ach, da hinten! Da hinten. Da versteckt es sich. So. So. Nee. Falsch. Bisschen. Und da haben wir den Schlüssel. Okay. Ja, jetzt, wo man es weiß, war es super entspannt, ne? Am Schluss war ich der Code für die Box, weil das irgendwie, ähm, tricky war. Äh, gut. Wir, wir warten jetzt... Äh, ja. Wir, wir warten jetzt darauf, dass es drei Uhr wird. Es ist noch nicht mal halb zwei. Bis gleich. Nee, man muss nur überlegen, wie krass viel Zeit ich jetzt übrig hatte, ne? Einfach nur dadurch, dass man wusste, was man tut. Äh, wie knapp das vorhin war. Was einen natürlich total unter Druck setzt, ist erstmal, ne? Ab Stunde zwei dieser Herz... Also, ab Stunde eins dieser Herzschlag dann. Ab Stunde zwei dieses ekelhafte Geflüster. Ich verstehe aber auch nicht ein Wort. Von dem, was... Was da geflüstert wird. So. Bin gespannt, was jetzt passiert. Um drei. Ich muss mich in der Küche verstecken. Versteck mich in der Küche. In der Küche wird mich niemand vermuten. Keine Schränke können wir eigentlich aufmachen. Nee. Niemand wird mich hier zwischen den Weinkisten... Oder Nixer. Äh, zwischen den Weinkisten vermuten. Klappt da nicht viel? Was passiert jetzt? Guck mich jetzt hier hin. Ich verstecke mich da in der Ecke. Wer meint ja bis hier in unserem Drei... Versteck mich jetzt hier hinter den Weinkisten. Ich bin leider ein bisschen groß. Ich kann die Uhr von hier nicht genauer sehen. Er müsste jetzt so fünf vor sein oder so. Zurück ab. Hallo? Warte, du? Drei Uhr. Wir haben es geschafft. Was passiert jetzt? Oh, wer sind sie denn? Oh, das ist... Ist das einer aus dem Video? Wie versprochen bin ich jetzt gekommen. I need to get through the door. Okay, und wir wüssten jetzt... Okay, und wir wüssten jetzt... Kennt doch jeder, oder? Ja. Haben Sie eine Grundschule besucht? Den Spaß nochmal von vorne machen. Okay, wunderbar. Aller, das ist mir erst mal geschafft. Ich bin stolz auf uns, wirklich. Ja, und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns die Tage zu einem neuen Display. Macht's gut und bis dann.